Sendung ein und dann ist es so ein bisschen schlecht auszuprobieren. PIX, und zwar, ich habe eine Software gefunden, falls man sich doch mal an das Webentwickeln setzen muss, dann ist eine praktische Abkürzung, wenn man nicht komplett bei Null anfangen möchte, ist halt Bootstrap. Ich weiß, Bootstrap ist an sich auch eine kleine Falle, in die man sich setzen kann und Bootstrap kommt von Twitter und deswegen sowieso, aber es ist halt eine schöne Abkürzung, wenn man eben eine Seite zusammenklöppeln will, die halbwegs nach was aussieht und wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gibt, sieht es auch nicht komplett nach Bootstrap aus. Das ist aber auch so ein bisschen umfangreich und kompliziert geworden mit der Zeit und es gibt eine Software, die heißt Bootstrap Studio und das ist eine Desktop-App, die ist tatsächlich unten drunter eine Node.js-App, die in einem Browser läuft, ist also Cross-Plattform dank Node.js, also das Teufel und Bilzebub in einem, ja, so von Twitter macht Webseiten mit Node.js drunter und läuft irgendwie alles JavaScript-mäßig, ja, also gerade, dass es nicht ein WordPress-Plugin ist, ist schon ein Wunder, aber es ist irgendwie ganz nett, weil es nimmt dir so die ganzen, die, 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 es gibt dir eine UI für die ganzen Features von Bootstrap. Wenn du hier mal in so ein Video reinschaust, hast, du hast halt so ein Drei-Pane-Interface, wo du alle Elemente, die Bootstrap so bereithält, irgendwie zusammenklicken kannst und du suchst nach einem Element und schmeißt einen Navbar rein und dann suchst du irgendwie, du hast so Buttons in den Navbar und die verhalten sich halt so, wie sie sich in Bootstrap verhalten werden und du hast sämtliche Optionen, die du ansonsten aus der Dokumentation rauspuzzeln musst, halt einfach als grafisches Element, wo du in einem Menü auswählen kannst, so ein bisschen wie Interface-Bilder für Bootstrap und kannst dann hier deine Website zusammenklicken. Das ist so, auch so ein bisschen erinnert das so an Dreamweaver-Geschichten, aber der Vorteil ist, es kann quasi keinen kaputten Code erzeugen und du hast die responsiven Testmöglichkeiten drin. Ich überlege mir das mal so ein bisschen zu verwenden, du kannst auch CSS kannst du dort drin haben, du kannst deine Seiten dort dann eben rausbauen, kannst Templates damit bauen und hast quasi die eingebauten Web-Inspektor-Möglichkeiten dort drin und halt nochmal so ein bisschen Web-Editieren und HTML-Coden und CSS-Coden mit Autocompletion und Zeug drin. Ich weiß nicht, ob sie noch ihren Einführungspreis haben, ich glaube, das waren Ungarn, die das programmiert haben, das ist Normalpreis ein 50 Dollar, Einführungspreis waren 25 Dollar und das finde ich, ist eigentlich auch schon zu niedrig angesetzt für so ein Web-Entwicklungstool, was tatsächlich dir ermöglicht, relativ komplette Website-Templates aus Bootstrap zusammen zu klöppeln. Eigentlich zu niedrig, also ich, faire Preis wäre wahrscheinlich auch da so um die 100 ganz leicht, aber sie wollen 25 oder 50 und dafür habe ich es mir mal geshoppt und werde es mal ein bisschen mehr ausprobieren, aber ich finde es relativ vielversprechend, weil du halt so die Unterstützung hast von einem relativ cleveren Editor, der weiß, was du legalerweise dort an so eine Stelle schreiben kannst und welche Optionen jetzt irgendein Button im Bootstrap-Framework hat, ohne dass du es nachschauen musst in der Dokumentation, weil die ist auch so ein bisschen eklig und du hast hier den responsiven Tester drin und JavaScript und pipapo, also sieht relativ vollständig aus und du kriegst irgendwie ein Jahr Support und Updates, wenn du das bezahlst und kann man sich mal anschauen, wenn man sich für Bootstrap und sowas interessiert für eigene Webseiten und sich halt nicht bei Squarespace einfach eine zusammenklickt. Und dann schaltet er das Videobild auf mich um. Genau. Sehr schön, sehr schön. Wahrscheinlich nur wegen dem nächsten Pick, oder? Genau. Was hast du denn?